hallo und willkommen zu diesem video heute mal eine kleine übersicht über das neue look and feel von home assistant. home assistant hat in den letzten wochen seine oberfläche ein bisschen abgedatet und einige dinge sind nicht mehr an den stellen wo man sie vormals vermutet hat oder gefunden hat und naja da ich ja halt auch ein paar videos zu dem thema gemacht habe habe ich mir gedacht okay jetzt macht zum 1 wo man wo ich einmal erkläre wo man die ganzen dinge jetzt findet und wie sie jetzt aufgebaut sind damit man halt den bezug zu meinen vorigen videos finden kann so fangen wir mit der oberfläche an die oberfläche ist im grunde gleich geblieben wir haben hier unsere registerkarten wir haben hier unser zeitmenü dort hat sich im detail halt nur einiges geändert so was als erstes auffällt eventuell ist hier wenn man dieses menü einklappt dann verschwindet nicht vollständig sondern macht nur so kacheln hier an der seite wo man die menü ist trotzdem noch aufrufen kann auf kleineren monitoren oder smartphones also verschwindet das menü immer noch vollständig und das ist auch gut so das nächste was auffällt ist dass hier diese admin tools nicht mehr vorhanden sind die also beziehungsweise entwickler tools sind jetzt hier unten haben einen extra weiter bekommen und zuvor war hier diese einstellungen war hier unter diesem hasseio menü glaube ich oder auch hier in dem menü mit hier im menü hatten die einen eintrag die einstellungen die sind jetzt hier runter gewandert genauso wie dieses benachrichtigungen ist hier neu das war vorher hier in der übersicht hier oben versteckt ich glaube hier unter den drei punkten hier war eine glocke die war hier oben da hat es sich versteckt und das benutzerkonto hier was hier angemeldet ist das war hier ganz oben neben der überschrift ist jetzt hier unter das so grob vom aufbau das was sich verändert hat ansonsten ist es im inhaltlich natürlich ähnlich geblieben hier unter entwickler tools finden wir als erstes diese große info seite und als nächstes hier die ganzen entwickler tools inklusive der ganzen entitäten mit den zuständen das was wir vormals hier unten als extra rubrik hatten was ich eingehend ein bisschen verwirrend fand ist wenn ich in meiner konfigurations datei arbeite und ich denke das geht euch genauso dann habe ich immer meine konfiguration noch überprüfen lassen ob es denn in ordnung ist und das hat sich jetzt versteckt sich jetzt hier unter einstellung nicht mehr unter allgemein da wo wir es zuvor halt mal gesehen haben da gibt es ja jetzt nicht mehr so viel sondern unter server steuerung so aber auch hier wird dieses konfiguration überprüfen nur angezeigt wenn ihr in eurem benutzerkonto hier den advanced mode aktiviert hat wenn ich könnte es mal zeigen wenn ich den ausmache und wir hier in die einstellungen server steuerung gehen dann ist hier herzlich wenig da kann ich das ding noch neu starten oder stoppen und war es das also wer es vermisst bitte hier den advanced mode einschalten das ist glaube ich eine der wichtigsten änderungen die hier entstanden sind und dann hat man auch hier wieder die möglichkeit die konfigurationen neu zu laden als hauptsystem automatisierung gruppen und so weiter kann man dann hier auch per klick neu laden ohne das system komplett neu starten zu müssen ja was hat sich noch verändert hier in den hier gibt es jetzt ein entitäten register ich weiß jetzt nicht sicher ob es mit der letzten version gekommen ist oder mit der links auf jeden fall ist das auch sehr wichtig hier ich werde immer wieder gefragt wenn man oder in meiner facebook gruppe wird immer wieder danach gefragt ich habe hier noch alte entitäten die angezeigt werden die gibt es gar nicht mehr was soll ich machen wie werde ich die los und ja da ist ganz einfach also hier anklicken und dann hat man hier die möglichkeit das ganze zu löschen und dann ist die die entität auch weg so dann ja bereits register es gibt es auch schon ein bisschen länger ich kann halt meine meine entitäten bereichen zu ordnen in automatisierung hat sich ein bisschen was geändert in letzter zeit da kann man jetzt hier die automatisierung hier in diesem hier direkt ein und ausschalten und hat hier info button dazu bekommen wann es zuletzt ausgeführt wurde und kann auch hier dann in die editierung rein ansonsten hat sich hier allerdings nichts verändert das ist gleich geblieben genauso gibt es hier bei skripte jetzt die möglichkeit direkt hier die skripte auszufüllen sonst ist hier eigentlich alles alles gleich geblieben was noch erwähnenswert ist ist dass bei vielen addons oder einigen addons hier wie zum beispiel den konfigurator da fällt es immer als erstes auf weil die meisten leute halt diesen konfigurator haben man muss jetzt nicht mehr über die konfigurations datei das ding hier ins menü einbinden man hat jetzt die möglichkeit hier über das addon zu sagen show in zeitbar und dann wird es automatisch nach dem neustart in der zeitbar angezeigt und man kann es verwenden das ist dann natürlich auch addon abhängig je nachdem welcher und ihr verwendet da geht das so geht das nicht muss mal eben was schauen hier zum beispiel genau hier bei meinen das motor admin funktioniert das nicht dann muss ich diesen eintrag immer noch über die konfigurations datei machen welchen nachteil das hat das zeige ich euch jetzt denn die kollegen von home assistant sind jetzt dazu übergegangen und haben schon mal so eine kleine benutzerkontensteuerung eingebaut das bedeutet ich kann jetzt hier unter benutzer kann ich mehrere benutzer anlegen machen jetzt mal einen hier den nennen wir mal test und er kriegt ein ganz innovatives passwort so und hier kann ich unterscheiden zwischen administrator und benutzer ich lasse den jetzt mal als benutzer hier damit wir sehen wo der unterschied liegt also ich bin jetzt hier mit einem administrator konto angemeldet das kann man auch sehen hier ich bin hier ein administrator und ja wenn ich mich jetzt abmelde und mich mit dem anderen benutzer anmelde dann sehen wir direkt dass hier im menü einiges weggefallen ist das heißt ich habe hier nur noch die normalen kacheln hier die zur verfügung stehen die normalen funktionen hier logbook karte und verlauf und die übersicht und ich habe hier unten auch keine entwickler kurz keine einstellungen und kann hier so nichts machen das einzige was ich hier halt noch habe ist das motor und das ist nämlich der punkt weil ich das ganze über den über die konfigurations dateien zugefügt habe kann ich hier ja jetzt nicht entscheiden ob es angezeigt werden soll oder nicht und deswegen wird es immer angezeigt das nun mal jetzt mit der benutzer dieser kleinen benutzerkontensteuerung die jetzt hier schon vorhanden ist schon kleiner nachteil okay ist jetzt in dem fall nicht ganz so schlimm aber es ist da ich kann auch hier keinen in meinem benutzer hier auch keinen advanced mode einstellen oder so es funktioniert halt nicht also ist wirklich eine so eine mini benutzerkontensteuerung die hier eingebaut wurde was ich eigentlich was ich ganz gut finde so kann ich nun mal an meinem rechner hier wo ich auch die ganze konfiguration mache und so kann ich dann natürlich mein administrator konto benutzen und könnte zum beispiel für tablets oder ähnliches dann halten benutzer verwenden der nicht die zugangsberechtigung hat die einstellung zu ändern so ich hoffe dass an diesem bereich noch weiter gearbeitet wird und eventuell in zukunft es auch die möglichkeit gibt über die benutzerkontensteuerung eventuell zu sagen wer jetzt hier welche reiter sehen darf das wäre in meinen augen noch ganz interessant ein erster schritt in die richtung ist nun mal getan so das war ja der erste kurze überblick von mir über die neue oberfläche ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es hilft euch weiter gerade in bezug auf meinen vorherigen videos um zum beispiel das konfigurationen überprüfen button richtig zu finden ja wenn es euch gefallen hat geht mir bitte einen daumen hoch wenn ihr es noch nicht getan hat abonniert meinen kanal und danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal